Bist du da durch? Ich nehm' ich. Dann nehm' ich dir und den Bus auch mit. Ich sag' das geht nicht! Das kann ja nicht gehen. Das ist ja geteert. Ja, logisch. Nix logisch. Ich kenn' die Unterführung nur umgeteert. Sitzt du sie mal über so fort, sieh' dir mit der Hausmauer.